Mich lockt im Hotel nicht die Bar und nicht die große Halle. Im Schreibzimmer schreibe ich zwar, aber nur im dringendsten Falle. Doch einen Raum, den verlasse ich kaum, denn er beglückt mich immer. Ich sitze zwei, dreimal am Tag in meinem Badezimmer. Im Hotel ist immer Freitag, im Hotel, da ist es schön. Erst dreh ich am Hähnchen, dann nehm ich ein Schwäntchen und dann steig ich ein, und dann steig ich ein. Und da kann das Telefon läuten oder ein Mord geschehen. Nichts kann mir so viel bedeuten, um aus der Wanne zu gehen. Um aus der Wanne zu gehen. Neulich sagte ein Bekannter, heute ist Badetag. Und da traf mich vor ein Setz, ein fast erwarmes Schlaf. Denn ich habe herausgefunden, dass er als Mieter in der Stadt volle 62 Stunden nicht gewadet hat. Und ich, blitzsauberes Wesen, bin mit ihm ausgewiesen. Er merkte die Entfremdung schnell und zog sofort in mein Hotel. Im Hotel ist immer Freitag, im Hotel, da ist es schön. Fähig dem schönsten Mann, eine Badewanne, ist denn nicht perfekt, ist denn nicht perfekt. Alles andere will ich gerne geben, wenn der Mast aufbricht. Ohne Wanne kann ich vielleicht leben, aber ohne Wanne nicht. Aber ohne Wanne nicht. Ohne Wanne nicht. Vielen Dank.